Musik Für mich sind Y.T.T. Stars wie Lady Gaga, Y.T.T. sind nur cooler. Welcome 2011, das ist ein Zitat eines 13-jährigen David, der nämlich seine YouTube-Stars Y.T.T. jeden Tag mindestens dreimal anschaut im Internet, diese Gruppe macht so Parodie und kann mittlerweile von YouTube leben und wenn man ihn fragt, guckst du ihn auch mal Fernsehen, dann sagt er, wenn meine Eltern sagen, ich muss, dann mache ich es mal. Er ist aber nur auf YouTube unterwegs, also nicht so wie damals ich mit 13, Alf gucken, schön den Fernseher anschalten, jetzt ist es YouTube. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind, wir wollen jetzt diskutieren darüber, ob wir, im Prinzip können wir wir sagen, noch eine Chance haben auf diesem Markt, auf diesem Markt mit Facebook, YouTube, Apple TV, es wird immer schwieriger. Herr Klöppel, saugt das Internet, das Fernsehen auf? Darf ich Ihnen das Mikrofon einmal empfehlen? Ich hatte das vergessen. Ich bin weiterhin ein Anhänger der These, dass es keinen Sinn macht, aus Angst vor dem Tod Selbstmord zu begehen und habe mich natürlich auch gefragt, ob Fragestellungen wie diese nicht im Endeffekt schon den Selbstmord vorwegnehmen. Nach dem Prinzip, aus Angst vor dem, was da kommt, hören wir einfach auf, das zu tun, was wir besonders gut können. Und besonders gut können wir Fernsehen und ich denke, deswegen wird das Fernsehen auch in Zukunft ein Medium sein, das großen Zulauf bekommt, wenn die Menschen, die Fernsehen machen, es tatsächlich auch als ein Medium verstehen, das den Zulauf verdient. Dass wir das Internet natürlich nicht negieren dürfen, ist völlig klar. Ich denke aber eher, wenn wir über Aufsaugen, Auffressen oder Ähnliches sprechen, werden Fernsehen und Internet quasi gemeinsam an einem Tisch sitzen und gemeinsam essen, aber nicht der eine wird den anderen auffressen. Das wollen wir nochmal genau ausdiskutieren, weil ich glaube, dass es sehr schwierig ist, das zusammen zu bekommen. Genau. Sie haben schon alles im Prinzip in eine Antwort gepackt. Danke. Herr Dr. Gniffke, warum sollte ein 13-Jähriger Fernsehen gucken? Was kann man dem empfehlen? Warum sollte der beispielsweise das Erste einschalten? Jetzt kommt erstmal die offizielle Antwort, weil das Erste so ein tolles Programm ist und auch für alle Altersgruppen ganz tolle Angebote hat. Damit ist das gesagt. Aber ich bin Vater von zwei Kindern, die sind 14 und 17 und ich weiß genau, die gucken uns nicht. Die könnte ich jetzt, wie in dem Eingangsbeispiel, quasi dazu zwingen, unsere Sendung zu gucken. Die tun das nur in wenigen Ausnahmefällen und dann sehr selektiv, wenn irgendwas kommt, was interessiert. Aber die haben keine Bindung an ein bestimmtes Programm. Und das Fernsehen nutzen Sie wirklich sehr selektiv. Nein, ich sehe diese Frage eher entspannt, muss ich offen gestehen. Es ist mir egal, wo die Menschen jetzt meine Branche betreffen, wo die Menschen Nachrichten sich angucken, anhören oder nutzen. Wichtig ist, dass sie sie nutzen und natürlich ist es mir am liebsten, wenn sie die Tagesschau nutzen. Und wo sie es nutzen, ob sie es im Fernsehen oder online tun, ist mir ehrlich gesagt fast wurscht. Sie haben die Studien dann wirklich von vorne bis hinten, kann ich schon sagen, durchstudiert. Es wurden ja nun Kollegen befragt. Wie groß war denn deren Sorge, wenn man das prozentual mal sieht? Haben da viele gesagt, das ist im Prinzip unser Ende oder ist man da doch auch entspannt? Also Prozentwerte kann ich aus dem Kopf nicht liefern. Ich glaube, die Studie zeigt, dass es eine gewisse Grundsorge gibt, die aber viel mit der Unsicherheit zu tun hat, die vor der Fernsehen, vor der auch andere Mediengattung, Print, Radio genauso, angesichts der technologischen und auch der gesellschaftlichen Entwicklung stehen. Ich habe aus der Studie durchaus bei den verschiedenen Befragten, es wurden ja verschiedene Personen oder Berufsgruppen auch befragt, auch durchaus so eine gewisse Zuversicht rausgelesen, dass man es schon schaffen wird, sich sozusagen im Zuge dieses technologischen und gesellschaftlichen Wandels auf neue Medien- und Nutzungsmuster zum Beispiel einzustellen, neue Produktionsformen zu entwickeln und auch zu etablieren. Was, glaube ich, durchschimmerte, war vor allem eine Skepsis und Sorge, dass etablierte auch professionelle Berufsbilder sich möglicherweise auflösen. Es ging ja um Content-Produktion, also nicht nur jetzt um Nachrichtenjournalismus im engeren Sinne, sondern zum Beispiel auch um die Entwicklung fiktionaler Stoffe und so. Und ich glaube, da hat sich in der Studie eine Sorge ausgedrückt, dass es da eben aufgrund von bestimmten Markttendenzen vielleicht auch zum Drücken von Preisen oder Entlohnung und solchen Dingen kommt. Insofern ist, glaube ich, der Grundthema der Studie, was so die Zukunft des Fernsehens und von Inhalten im Fernsehen angeht, durch so eine gewisse Skepsis vor der unsicheren Situation, aber einer dann doch prinzipiellen Zuversicht, man wird das schon meist dann gekennzeichnet. So habe ich es gelesen zumindest. Sie haben ja gerade die gesellschaftliche Veränderung nochmal angesprochen. Es gibt auch die ARD-CTF-Online-Studie, die gerade rausgekommen ist, wo man sehen kann, wie ist das Verhalten der Menschen heutzutage. Wie ist es denn, wenn man es mal kurz zusammenfasst, wie guckt der Mensch Fernsehen, wie nutzt er Medien? Ich glaube, es ist nicht auf einen Nenner zu bringen. Also Fernsehen ist, wenn ich höre einen Ton, der Fernsehmerkt ist... Ja, das ist hier sehr gut vorbereitet. Also man sieht dann immer unsere Thesen, über die wir dann reden. Wir schweifen, glaube ich, ab und zu ab, aber hören Sie einfach uns zu. Das passt schon. Ich glaube, was jetzt schon beobachtbar ist, und das haben gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch technologische Entwicklungen, spielen da zusammen, dass man eben nicht mehr von dem Fernsehen sprechen kann. Das klingt jetzt banal, aber verweist einfach darauf, dass kommunikationswissenschaftlich würde ich sagen, dass Fernsehen auch unterschiedliche Modi umfasst. Es gibt dieses klassische, habitualisierte, ich setze mich vor den Fernseher, weil ich weiß, jeden Abend um acht kommt die Tagesschau und die gehört zum Tagesablauf dazu. Oder sonntags gucke ich die Lindenstraße. Oder RTL Aktuell ist Teil meines Tagesprogramms. Das ist ein anderer Modus von Fernsehen, als zum Beispiel das Anschauen der Tagesschau über die iPhone-App in den zwei Minuten, wo man auf die U-Bahn wartet. Trotzdem, es ist auch eine Art von Fernsehen, weil man Inhalte rezipiert, die professionell vom Apparatfernsehen bereitgestellt wurden oder von der Institution Fernsehen. Aber man befindet sich als Nutzer in dem Moment in einem anderen Modus. Und ich glaube, auch da kann ich jetzt wieder nicht ganz direkte Prozentwert oder sowas nennen. Aber ich glaube, dass die, gerade die Nutzung von Fernsehen in flexibleren, zeitlich mobilen, auch vielleicht kürzeren Segmenten, auch nicht mehr in dem über längere Stunden linearen Abfolgen von Programminhalten, dass die zunimmt. Im Moment noch nicht die Mehrheit umfasst, aber sozusagen, glaube ich, stetig zunimmt, während der Anteil derjenigen, die sich so das klassische Fernsehen, ich setze mich abends davor und gucke zwei Stunden ein Programm, das nimmt tendenziell ab. Im Prinzip auch der Lagerfeuereffekt, Herr Dr. Gniffke, findet man das auch schade? Früher gab es das eben. Man hat sich als Familie zusammengesetzt, hat gemeinsam Sendungen geschaut, wetten das zum Beispiel, vielleicht passiert das ab und so auch noch, vielleicht wäre ein Gottschalk weg, ist nicht mehr unbedingt. Aber ist das schade, dass gerade dieses Gesellschaftliche auch aufbricht? Ja, das ist schade. Aber es ist auch schade, dass ich nicht mehr, wie früher, idyllisch mit der Milchkanne meine Milch beim Bauern geholt habe. Ich kaufe sie halt jetzt im Supermarktregal. Ich kann das jetzt bejammern und beweinen, aber es ist halt so. Ich glaube, Lagerfeuer kann man auch neu definieren. Ich glaube nach wie vor, dass die Tagesschau ein Lagerfeuer ist oder schön wäre auch ein Leuchtfeuer. Und unabhängig davon, dass es zu einer bestimmten Uhrzeit ausgestrahlt wird. Die 20 Uhr wird noch auf lange Zeit das Maß der Dinge bleiben und glaube ich schon eine Sendung sein, die viele Millionen Menschen jeden Abend noch mal vor dem Fernseher versammelt. Aber da mache ich mir auch keine Illusionen, dass das irgendwann mal aufhört. Nur ich weigere mich, das als eine Bedrohung zu sehen, sondern ich freue mich darauf, dass die Menschen auch weiterhin da, wo es blau ist und wo Tagesschau draufsteht, ihre Informationen sich holen werden. Und nochmal, wo die das holen, ist wirklich im Prinzip egal. Und deshalb sollten wir auch, die wir hier, 40, 50 Leute, die wir hier sitzen und alle auf dem gleichen Thema herumkauen, sollten wir uns auch von den Sorgen trennen, dass das gute alte Fernsehen irgendwann uns abhanden kommt. Erstens mal wird es das noch lange geben und zweitens mal, was danach kommt, wird nicht zwangsläufig schlechter. Woher nehmen Sie Ihren Optimismus? Die Entwicklungen der letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre stimmen mich da durchaus zuversichtlich, dass es gelingt, so eine Fernsehmarke auch in andere Bereiche zu transponieren. Und ich glaube, das Wichtige ist, das gilt für RTL wie für die Tagesschau, dass es eingeführte Marken gibt, in die die Leute ein gewisses Vertrauen haben, wo Sie bestimmte Dinge erwarten. Und wenn Sie es dann sich demnächst eben an der Bushaltestelle auf Ihrem Smartphone holen, dann, wie gesagt, freut mich das genauso, wie wenn Sie sich abends vor den Fernseher setzen. Das ist, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich finde es auch deswegen interessant, weil man ja da schon ein bisschen auch den Unterschied in der Herangehensweise der beiden Systeme erkennen kann. Ich würde persönlich es nie unterschreiben, was Sie sagen, was ich aus Ihrer Sicht völlig verstehen kann. Und mir ist es egal, wo ich meine Zuschauer erreiche, ob ich die jetzt über die Tagesschau-App erreiche oder um 20 Uhr im Fernsehen. Wir müssen sie im Fernsehen erreichen, weil wir sie nur auf dem Wege monetarisieren können. Wir haben sonst keine Möglichkeit, mit dem, was bisher an Online-Werbung zur Verfügung steht, unser Programm zu finanzieren, weil wir nur über die Fernsehwerbung tatsächlich die Größenordnungen erreichen können, die wir brauchen, um ein gutes Programm zu machen. Deswegen sehe ich das mit Interesse. Ich will Ihnen jetzt da nicht reinreden. Ich habe nur so ein bisschen die Sorge, wenn man sagt, ob Sie jetzt im Internet sind oder ob Sie im Fernsehen sind. Ich glaube, da gibt man zu früh auf. Ich will Ihnen da jetzt nicht irgendwie sagen, Mensch, kämpf mehr fürs Fernsehen. Das tun Sie wahrscheinlich schon. Aber ich persönlich, ich kriege da Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich denke, nee, wir müssen fürs Fernsehen kämpfen. Wir müssen da, wo wir stark sind, wo wir was bieten können, wo wir auf einem großen Bildschirm erkennbar sind, wo wir viel besser aussehen und viel besser das machen können, was wir sowieso gerne machen. Da müssen wir präsent sein. Diese kleinen Sachen, alles bei Boote, alles bei Werk ist vielleicht ein bisschen zu klein geschrieben, aber das große, schöne, tolle Erlebnis Fernsehen und ich glaube auch weiterhin an den Lagerfeuereffekt, das will ich gar nicht aufgeben. Und den Lagerfeuereffekt gibt es noch. Bei RTL aktuell. Bei RTL aktuell. Ich meine, gucken Sie sich an, wie viele Leute unsere Sendung jeden Tag schauen. Ich will hier keine Werbung für uns machen, deswegen wollte ich das eigentlich außen vor lassen, zum Beispiel. Und damit immer noch 400.000 mehr als... Aber ist ja egal. Sie wollten noch nicht so einander sein. Nein, gucken Sie mal so etwas wie Deutschland sucht den Superstar oder das Supertalent. Gucken Sie mal ein Formel-1-Rennen. Gucken Sie ein Fußballspiel bei der ARD oder gucken Sie auch Wetten, dass... oder gucken Sie Olympia oder ähnliche Dinge. Das sind die Lagerfeuere, die es heute gibt. Ja, aber sind das die Stärken, das Fernsehen muss da noch ausgebaut werden, eben sich auf die Stärken besinnen, zu sagen, wir können diese Live-Übertragung machen, wir können ziehen mit großen Übertragungen. Ja, natürlich. Ich meine, warum sollen wir auf unsere Stärken verzichten? Aber kann man die noch ausbauen und wenn wie? Ob man jetzt beim Fußball, sagen wir mal, anhand der rechten Lage, die ja nun auch nicht ganz billig sind, die wir uns schon nicht mehr leisten können, ob man da noch ausbauen kann, auf unserer Seite eher nicht, aber dafür haben wir andere Sportarten ausgebaut. Nehmen Sie mal so etwas wie einen Boxkampf, den wir vor nicht allzu langer Zeit hier in Hamburg gemacht haben. Ich weiß nicht, wir hatten 16 Millionen Zuschauer, irgendwas in der Größenordnung, weil wir es auch als Event programmiert haben, weil wir wieder das Lagerfeuer angeworfen haben. Und nicht, weil wir gesagt haben, oh, Boxkampf, also mal gucken, ob einer guckt. Vielleicht, wenn wir mit 5 Millionen zufrieden sind, sind wir ja gut dabei. Nein, wir wollten es gut machen. Geht es denn da vielleicht auch hin, dass man sich mehr auf diese Dinge besinnt? Gut, es gibt da rechte Fragen, es hat immer was mit Geld zu tun, aber dass das Fernsehen eben sich da auch weiterentwickelt und sagt, wir müssen eben Sachen bieten, die das Internet nicht bieten kann. Ja, das ist sicher eine vernünftige Strategie, also da in der Hinsicht die Stärken des Fernsehens auch auszuspielen. Die darin liegen, dass das Fernsehen als Massenmedium eben auch Aufmerksamkeit bündeln kann. Und das ist jetzt für den Eventbereich, für den Sportbereich, man könnte auch sagen, für politische Themen, für wichtige gesellschaftliche Themen ist das ja nach wie vor eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion, die das Fernsehen erfüllt. Also aus meiner Sicht ist das, was im Internet passiert, so im Hinblick auf Lagerfeuer und so dieses Fokussieren, ist eher damit zu vergleichen, dass ganz getrennt voneinander ganz viele Menschen ihre eigene kleine Wunderkerze anzünden und ihre Freunde drumherum stehen, weil sie zum Beispiel sich auf Twitter nebenbei über den Boxkampf unterhalten oder auf Facebook die Tagesschau-Nachricht kommentieren und weiterleiten und an ihre jeweiligen eigenen persönlichen Öffentlichkeiten, die sie auf Facebook oder Twitter pflegen, weiterleiten und damit auch eine Art Lagerfeuer im Sinne von Gemeinschaft und gemeinsamen Austausch erzielen. Aber das ist tatsächlich ein anderes gemeinsames Kommunizieren als eben das Wissen, wenn ich montags in die Schule komme, haben alle meine Freunde auch Wetten, das gesehen oder den Boxkampf oder die Tagesschau, da weiß ich, da kann ich mit meinen Kollegen drüber reden, weil ich davon ausgehen kann, dass die das auch alle gelesen haben. Insofern ist das Lagerfeuer im Internet, wie gesagt, ist eine andere Art von Lagerfeuer, aber eben auch nicht das isolierte, vereinzelte, jeder nur für sich schauen, sondern es kann durchaus auch gemeinsames und damit Aufmerksamkeit bündelndes Mediennutzen sein. Wie kann man da mehr drauf eingehen? Was schauen Sie denn da? Ja, ich wollte Ihnen nämlich gerade hier vielleicht so eine kleine, sagen wir mal, Statistik irgendwie auch nochmal präsentieren, die genau das ja auch unterstreicht. Nehmen Sie mal so eine Sendung wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, die bei uns ja jeden Abend im Fernsehen läuft, von 19 Uhr. Auch im Internet, aber bezahlt. Auch im Internet, genau. Man muss es bezahlen. Nur wenn man es vorher gucken möchte, die eigentliche Folge kann man kostenlos sehen. So sind wir ja noch auch nicht. Aber was Sie da beobachten können, ist, dass während der Sendezeit von GZSZ die Quoten im Fernsehen bei GZ, gute Zeiten, schlechte Zeiten, stabil auf einem hohen Niveau sind. Was passiert im Internet? Während der Sendung beginnen Sie langsam anzusteigen und nach der Sendung deutlich nach oben zu gehen, weil im Internet dann zusätzliche Angebote abgerufen werden können. Nochmal eine Zusammenfassung der interessantesten Szenen aus dieser Folge. Vielleicht, wenn man bereit ist, es zu bezahlen, eine kleine Vorausschau auf das, was an den nächsten Tagen kommt. Ja, es kostet wieder. Dann, wenn wir sagen, es ist etwas, was man im Programm nicht bekommt, und ich will ja jetzt nicht über Gebühren reden, ich dachte, auf dem Niveau unterhalten wir uns nicht, dann merkt man, dass die Menschen sehr wohl ein anderes Nutzungsverhalten an den Tag legen. Und das ist das, was ich ja eben gerade schon versucht habe zu erklären. Dieses veränderte Nutzungsverhalten, was Sie ja auch beschrieben haben, dieses Lagerfeuer, ist nicht nur einfach das Starren auf das Feuer, sondern es ist auch hinterher noch etwas, was stattfindet. Und wo sich die Menschen dann wieder in Gruppen zusammenfinden, wo sie miteinander diskutieren, wo sie auch etwas austauschen, worüber sie dann am nächsten Tag im Bus vielleicht wieder reden oder auf dem Schulhof reden. Ich selber habe, was für mich selber erstaunlich war, beim Grand Prix, so heißt er ja nicht mehr, also bei diesem Eurovision Song Contest, auf Facebook angefangen, mich mit anderen Leuten über Facebook zu unterhalten, über das, was wir da sahen. Unter anderem mit meiner Frau, die neben mir saß, die hat ihren eigenen Facebook-Account und meiner Tochter, die auf der anderen Seite saß. Das ist aber schade. Das heißt, wir haben uns gegenseitig Facebook-Messages geschrieben. Das ist doch aber auch schön, miteinander zu reden, oder? Aber Sie sehen, A, haben wir uns zu dritt vom Fernseher zusammengefunden, B, haben wir etwas gefunden, wo wir uns dann nochmal austauschen können und zwar nicht nur untereinander, wo dann auch andere wieder kommentiert haben. Hat das in irgendeiner Weise dem Eurovision Song Contest geschadet? Nein, wir hatten einen Riesenspaß dabei. Das ist gut. Aber geht es, Herr Dr. Kniffke, auch immer weiter dahin, dass man diese Vernetzung macht? Also das passiert ja beispielsweise, auch wenn wir über Wahlen berichten, dass gesagt wird, man kann sich über Facebook mit einbringen. Auch es gibt den Tagesschau-Blog, es gibt auch bei Tagesschau.de-Möglichkeiten, sich irgendwie quasi seine Meinung zu äußern. Sollte es da immer weiter hingehen? Die Frage stellt sich nicht, die ist längst beantwortet. Ja, da geht es hin, da muss es hingehen. Und da ist auch noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das muss nicht immer Facebook heißen, das kann sein, dass in drei Jahren wir über uns was ganz anderes unterhalten, so wie vor vier Jahren meine Kinder glaubten, irgendwie ohne Schüler-VZ geht es gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das heute noch gibt. Also da kann sein, dass sich das wechselt und wandelt. Es wird spannend sein zu gucken, welche technischen Entwicklungen uns auf dem Weg auch noch begleiten. Also ich habe bei der IFA, die jetzt wieder vor der Tür steht, im vergangenen Jahr bei Intel gesehen, wie die einen Chip produzieren, mit dem man wirklich sich eine Fernsehsendung angucken kann. Und nebenher hat man fünf kleine Fenster auf seinem Fernsehbildschirm, wo man eben mit fünf Freunden gemeinsam gerade skypt und dann sich gemeinsam Fußball anguckt, obwohl der eine in Hamburg, der andere in New York und der dritte in Sydney sitzt und man sich austauscht über dieses Fußballspiel. Also da sind, glaube ich, auch noch längst nicht alle technischen Möglichkeiten ausgereizt. Das wird viel interaktiver werden und das wird auch eine Chance sein, das gute alte Fernsehen auch stark zu halten. Keine Sorge, es muss sich keiner sorgen oder falsche Hoffnung machen, dass wir das Fernsehen vernachlässigen werden, wenn ich sage, das ist uns wurscht. Aber das wird schon noch seine Bedeutung haben. Aber mir ist wichtig, dass ich die Beibote eben ein bisschen größer sehe. Aber es ist doch durchaus schwer, da auch mitzuhalten. Ich meine gut, das Fernsehen oder dieses Medium ist immer noch am beliebtesten in Deutschland. Es gucken unwahrscheinlich viele Fernsehen. Aber es wird auch durchaus immer schwieriger mitzuhalten. Mit quasi den ganzen neuen Sachen, wie Sie es sagen. es wird wahrscheinlich in drei Jahren wieder was Neues geben, dort mitzuhalten. Wie soll das gehen? Ja, das ist die Frage, die, glaube ich, wir uns alle hier stellen. Das ist enorm spannend und das wird nur die Redaktion schaffen, die am flexibelsten auf neue Herausforderungen Antworten findet, die sich auch mal leistet, auf ein Pferd zu setzen, das dann irgendwie nicht so erfolgreich läuft und wo dann auch eine Hierarchie dahinter steht, die deshalb nicht sofort den Stab über eine Redaktion bricht und dass man die Strukturen und vor allen Dingen die Köpfe der Menschen anpassungsfähig hält und sagt, wenn ein neues Feld sich auftut, wir sollten das machen, dass da nicht gleich alle Zetra und Mordio schreien und sagen, ohne zehn weitere Planstellen geht es nicht, sondern dass man dann auch kaltherzig guckt und sagt, was werden wir dafür in Zukunft lassen? Also auch viel stärker jetzt noch der Zwang für uns auch zu priorisieren und sagen, das klingt erfolgversprechend, lass uns da Ressourcen reinkippen, dafür müssen wir aber auf der anderen Seite was lassen, weil niemand von uns wird seiner Redaktion sagen können, es wird immer, 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 immer mehr. Wird denn da genug gewagt? Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, dass das Fernsehen nichts mehr wagt, dass sozusagen, ja, man seine Sachen hat, die man sendet, Deutschland sucht den Superstar, läuft, machen wir Staffel 835. Wird da genug gewagt? Also was jetzt so Stoffe oder Inhalte oder neue Formen angeht, kann ich, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Im Hinblick jetzt auf so digitale Aktivitäten habe ich den Eindruck, dass es ein bisschen gedauert hat, jetzt so auch im deutschen Raum, dass im Moment aber, glaube ich, jede Menge, ich nenne es mal Experimente oder auch schon darüber hinaus etablierte Mechanismen gegriffen haben, wie Fernsehsender, Rundfunkanstalten sich zum Beispiel Facebook oder Twitter oder auch YouTube bedienen. Und das ist, ich glaube, es ist da auch immer noch Spielraum, wie Sie auch sagten, dass man nochmal ein bisschen innovativer wird. Ich hatte jetzt gerade, das ist einfach nur ein ganz kleiner Baustein, aber gerade das Beispiel schon in der Mittagspause erzählt vom ZDF Neo, die jetzt, glaube ich, sieben oder acht kleinere Formate anproduziert haben und mit Trailer und kleinen hinter den Kulissen blicken, zur Verfügung stellen und jetzt können die Nutzer eben abstimmen, was sie gerne weitersehen wollen. Das ist im Prinzip ein völlig banaler Gedanke, die Zuschauer im Prinzip in der Phase schon zu beteiligen. Aber das sind Dinge, die jetzt aber leichter werden, weil einfach über das Internet solche interaktiven Möglichkeiten, Publikumsbeteiligung in einem ganz weiten Sinne eben auch möglich ist. insofern, ja, also Werten mag ich es gar nicht, ob zu viel oder zu wenig gewagt wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass ausprobiert wird und dass sich die einzelnen Redaktionen oder auch die Anstalten eben versuchen, dieser technischen und gesellschaftlichen Umwälzung zu stellen, die ja auch mitnehmen und das ist vielleicht noch ein Punkt, den ich besonders spannend finde, die aber auch tatsächlich mit einem unglaublichen Rollenwandel einhergehen, weil man ist dann in diesen neuen Umgebungen mindestens, ist man nicht mehr der allein bestimmende Sender, also der Journalist als derjenige, Wie meinen Sie das? Wie verändert sich die Rolle? Naja, die, also, vielleicht ist es eine Unterstellung, aber als Journalist, glaube ich, ist man es gewohnt und dazu ausgebildet, dass man derjenige ist, der nach professionellen Kriterien Inhalte erstellt, Informationen filtert, verbreitet, zur Verfügung stellt, also Öffentlichkeit herstellt. Und der Journalismus hatte lange das Monopol, weil es technisch aufwendig war, Öffentlichkeit herzustellen. Das Monopol verschwindet also das Monopol verschwindet, nicht der Journalismus. Also beispielsweise Arabischer Frühling, wo dann über Facebook und Twitter eben die Informationen kamen, die wir uns dann auch angeschaut haben. Zum Beispiel das, also das Bürgerjournalismus, Bürgerkorrespondenten ist so ein Baustein, aber auch banaler, der Umstand, dass die Nutzer sich zu Wort melden, dass Nutzer auch Beteiligungserwartungen hegen, dass sie das Gefühl haben, wenn ich nicht irgendwie, ich möchte eine Meldung kommentieren können, ich möchte ein Video weiterleiten können, ich möchte meine Meinung sagen können, ich erwarte einen Twitter-Account von einer Redaktion, um da gegebenenfalls die kontaktieren zu können. Also diese Erwartungen, die auch noch nicht Masse sind, aber die sich langsam herausbilden, dass man sich eben als aktives Publikum versteht und nicht als passiv berieseltes Publikum, das glaube ich, stellt das Selbstverständnis des Journalismus auch zumindest auf die Probe. Herr Klöppel, setzt einen das unter Druck zunehmend? Nur, ich verfolge das eher mit Interesse und Sie haben ja völlig recht, ich bin auch der Meinung, dass man quasi das, was man jetzt vielleicht als Bürgerjournalismus bezeichnet, Involvierung der Zuschauer, dass man das gar nicht mal vernachlässigt hat, aber man hat einfach nicht die Tools, um diese Beteiligung in irgendeiner Weise auch relativ schnell ins Programm einzubauen. Ich finde den Druck quasi der Zuschauer, wenn Sie ihn dann so definieren, eher heilsam für uns und gut. Ich habe kein Problem damit, mich quasi in einen Diskurs zu begeben mit den Zuschauern, die sagen, das fand ich jetzt nicht gut oder das fand ich ganz stark und davon möchte ich gerne mehr haben. Trotzdem sind wir ja immer noch die Menschen, die im Endeffekt einen gewissen Selektionsprozess durchführen müssen und ich habe auch gar keine Angst davor, dass wir das in Zukunft weiter tun können und auch tun wollen. Das ist ja auch im Endeffekt eine Grundaufgabe des Journalismus, der Medien in einem Gesellschaftssystem wie dem, was wir hier in Deutschland haben. Es sind ja aber im Prinzip zwei Ebenen, die Sie angesprochen haben. Einmal, dass die Zuschauer eben kommentieren können und sagen können, den Beitrag fand ich so, meine Meinung ist so, aber auf der anderen Seite natürlich auch noch etwas entsteht, wie eben im arabischen Frühling, dass Nachrichten wirklich generiert werden, ohne dass ein Journalist dort sitzt. Setzt einen das nicht? Ja, Nachrichten generiert werden ist vielleicht der falsche Ausdruck. Sagen wir mal, das Augenzeugen, ich bin dabei, ein Video, das bekommen wir jetzt auf eine andere Art und Weise, als wir das vorher bekommen haben. Das kann uns in vielen Fällen nutzen, das muss nicht unbedingt immer nützlich sein, weil wir nicht immer die Möglichkeit haben, die Quelle zu überprüfen, auch die Authentizität zu überprüfen. Also man muss das schon auch wiederum mit professionellem Augenmaß in irgendeiner Weise einordnen, aber als Gefahr für uns sehe ich das nicht, eher als Chance, aber wir müssen es wirklich als Chance dann auch umsetzen. Herr Dr. Knöpke. Ja, also ich glaube auch, dass man genau diese beiden Aspekte voneinander trennen muss. Einmal, dass sich das nutzbar und dienstbar machen für die Sendung, das, was sich aus sozialen Netzwerken und anderen Quellen für die Nachrichten erschließen kann, mit Prüfungen und sowas allem. Da habe ich auch absolut Konsens mit Ihnen, wo ich nicht so relaxed bin, ist bei der Frage, wie integrieren wir die Nutzer in unsere Sendung und in den Dialog über unsere Sendung. Da stehen wir im Moment eher vor der Frage, die uns umtreibt, ob wir die Geister, die wir riefen, jetzt nicht mehr loswerden oder beziehungsweise was wir mit denen machen. Denn es ist das eine, zu sagen, ja, wir machen auch Twitter, wir machen auch Facebook, haben wir alles, alles wunderbar. Dann postet man hier und da mal irgendwie so einen Impuls bei Facebook und auf einmal melden sich 100, 200, 500, 1000 Leute. Und da läuft eine ganz muntere Diskussion und wir haben überhaupt nicht, nicht im Entferntesten die Kapazitäten, das zu lesen, geschweige denn, uns in irgendeiner Weise sinnvoll daran zu beteiligen. Das merken die Leute irgendwann und irgendwann fühlen sie sich ein bisschen vergackeiert, fürchte ich. Das ist meine Sorge. Insofern muss man, das meine ich wirklich ernst, überlegen, ob man das nicht lässt. Also wenn man schon solche Dinge initiiert, ob man so, lass mal laufen, egal, was die da schreiben, Hauptsache sie haben den Eindruck, sie könnten mit uns kommunizieren, es aber nicht wirklich ernst nimmt. Und darauf habe ich im Moment echt noch keine Antwort, weil wir beherrschen es nicht. Rein mengenmäßig erschlägt es uns. Aber das wäre ja quasi wieder der Rückschritt, man hat sich irgendwo reingewagt und hat es geöffnet, ist sozusagen auch in dieser Social Media mit drin. Wie soll das funktionieren? Aber nicht aus Angst, nach dem Motto, wir haben Angst vor den Nutzern, sondern einfach, es ist eine Kapazitätsfrage. Ich kann es auch nicht machen, also ein kleines, nochmal blödes Beispiel, seit heute habe ich eine eigene Facebook-Seite, also eine private hatte ich sowieso schon die ganze Zeit, jetzt haben wir heute eine gelauncht, wo, Klöppel, RTL, aktuell und so weiter. Da werde ich nachher wahrscheinlich ein kleines Foto reinstellen von der Veranstaltung hier, vielleicht machen Sie es ja dann nochmal von uns, wie wir zu dritt hier sitzen. Sie wollen mich nicht mehr drauf haben, wir haben ja schon eins. Ich werde dieselbe Frage, ja, ich brauche einen professionellen Menschen mit Gefühl für das schöne Bild, werde die Menschen natürlich auch beispielsweise fragen können, wie seht ihr denn das? Saugt das Internet das Fernsehen auf? Wie viele Antworten ich da drauf bekomme? Ich habe keine Ahnung. Es ist für mich auch so ein Experimentierfeld, auf dem ich einfach mal ausprobieren möchte, wie das geht. Aber Sie haben völlig recht, man darf die Menschen dann auch nicht vor den Kopf stoßen und sagen, diskutiert mal schön, ist mir alles egal, Hauptsache mein Name ist da vorne drauf. Das kann es nicht sein. Ich hoffe mal, dass die Geister jetzt nicht so zahlreich sind, dass sie dann irgendwann bei mir vor der Haustür stehen und sagen, Klöppel, jetzt antworte endlich. Aber ich möchte an die ausschließen, dass ich manchmal an die Kapazitätsgrenze komme. Wir haben das aber schon mit anderen Seiten gemacht und haben da ein ungefähres Gefühl dafür, wie viel kommt und wie sehr sie sich natürlich freuen, wenn man auch reagiert. Aber es muss auch inhaltlich vernünftig sein und man muss die Menschen genauso ernst nehmen, wie die uns ernst nehmen. Hat der Experte da vielleicht Lösungsvorschläge? Ich finde es ja sehr plausibel, wenn man sozusagen jetzt zwei, drei Jahre Erfahrung auch mit dem Tagesschau-Blog und diesen Dingen gemacht hat und dann erkennt, es überfordert uns, es würde Ressourcen binden, die wir vielleicht für andere Dinge wichtiger brauchen und dann zu entscheiden, wir fahren es zurück oder wir lassen es oder wir kommunizieren ganz klar. Ihr könnt hier gerne diskutieren, aber bitte habt Verständnis darüber, dass wir hier nicht jeden Beitrag auch noch mitkommentieren. dann finde ich das überhaupt nicht problematisch. Im Gegenteil, das ist dann, also schwierig wird es natürlich, wenn man Erwartungen weckt, gezielt oder auch unbeabsichtigt und die dann enttäuscht, weil das natürlich die Zuschauer oder die Nutzer einem dann übel nehmen, wenn man sich sozusagen als Dialog breit präsentiert und dann aber den Dialog verweigert. Das ist dann, das ist das wirklich problematisch. Das ist aber übrigens auch eine, glaube ich, eine Erfahrung, da sind Sie ja nicht die Einzigen, das machen, die Erfahrung machen Unternehmen, die machen Politiker, die machen interessanterweise, wenn es sich beruhigt, auch die Wissenschaftler, weil ganz in Klammern, also auch wissenschaftliche Kommunikation steht ja inzwischen unter dem Druck, auch unter Umständen, sich dieser Tools zu bedienen und es gab in den letzten Wochen eine ganze Reihe von Debatten, ob nicht die deutsche Wissenschaft, speziell die Internetforschung, viel zu wenig in diesen neuen Kanälen präsent ist, weil wir ja eigentlich was zu sagen hätten, aber das nimmt keiner wahr. Und wir haben aber das gleiche Problem, dass im Grunde auf einer bestimmten Stufe auch der wissenschaftlichen Karriere man im Grunde gar nicht mehr unbedingt die Zeit hat, jetzt noch zu bloggen und zu twittern und so weiter. Also das betrifft jede Menge letztlich Professionen, die irgendwie was mit öffentlicher Kommunikation zu tun haben, dass sie bislang auch aufgrund von sozusagen technischen Konstellationen gar nicht in die Verlegenheit kamen, jetzt groß mit dem Publikum zu kommunizieren, aber jetzt auf einmal ist die Konstellation gegeben und jetzt muss man halt für sich als Organisation, als Institution eben Wege finden, aber ich finde, die kann man, sollte man eben auch tatsächlich, da sollte man ruhig Kosten und Nutzen abwägen, ganz platt gesagt. Es wird ja auch in dem immer vielfältiger, dass Crossmedia immer wichtiger wird, dass man sagt, man versucht eben sozusagen einen Beitrag, der SWR hat es ganz spannend neulich gemacht, dass ein Teil eines Films gezeigt wurde im Fernsehen und man danach quasi im Internet den Mörder suchen konnte. Also da ging dann teilweise was weiter, ich weiß nicht, SWR-Kollegen, die das gesehen haben, mitgewirkt haben, bei der Mördersuche. Bitte? Das ist ein super Sender, war bestimmt toll. Ja, genau. Diese ganzen Projekte, die quasi jetzt neu entstehen, Sie haben ZDF Neo erwähnt, wie schwierig ist es da aber auch mitzuhalten? Muss man da im Prinzip mehr Mut beweisen, auch zu sagen, wir probieren das mal, weil die Quoten waren da jetzt möglicherweise nicht vielleicht so hoch, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte? Herr Klöppel. Natürlich muss man da Mut haben, das ist gar keine Frage und wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir niemals den Lerneffekt in irgendeiner Weise haben, auf den wir dann aufbauen können, um den nächsten Schritt zu gehen. Wenn wir feststellen, bei solchen Experimenten, sie funktionieren nicht, dann haben wir zumindest wenigstens hinterher ein Argument, warum wir es so nicht mehr machen. Aber ist es nicht gerade schade, dass dann gesagt wird, die Quote ist eben nicht so gut, dann lassen wir es, statt mal durchzuhalten und den Zuschauern daran zu gewöhnen? Naja, da fragen Sie vielleicht den Falschen. Also ich meine, kann sich ja, ich frage mich auch, wird drei Leben in irgendeiner Weise eine Fortsetzung seines Lebens erleben in der ARD? Nach dem, was wir jetzt gesehen haben, weiß ich nicht. Sollte man es trotzdem versuchen? Ja, na klar. Kann man es sich bei der ARD eher leisten als bei einem privaten Sender? Ja, auch klar. Aber so ist das Leben. Also das stört mich überhaupt nicht. Und das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, diese Angst davor, dass man eventuell untergeht. Also ich habe keine Angst vor solchen Dingen. Ich versuche nach vorne zu gucken und zu sehen, dass wir ordentlich flott schwimmen und nicht irgendwie die ganze Zeit nur gucken, ob meine Zehen, jetzt weiß ich nicht, 20 oder 30 Zentimeter unter Wasser sind. Die Frage ist eben, wie? Wie schwimmt man vorwärts? Sie brauchen gute Leute. Sie brauchen ein Konzept. Sie brauchen einen Maßstab für das, was Sie gerne wollen. Sie brauchen einen Kompass und Sie brauchen die Möglichkeiten, das tatsächlich alles umzusetzen. Deswegen bin ich auch gespannt, ob dieses ZDF-Neo-Experiment, wo man den Usern jetzt mal die Möglichkeit gibt, zu entscheiden, was Sie gerne im Fernsehen sehen wollen, ob das tatsächlich erfolgreich ist. Interessiert mich sehr, weil ich nicht weiß, wer genau ist denn eigentlich der ZDF-Neo-Zuschauer. Man versucht da ja so eine relativ klare, eher junge, eher intelligente, eher gut ausgebildete Zielgruppe zu erreichen. Sind die dann also quasi die Selektoren für das Programm des ZDF des Jahres 2015? Wird man damit Erfolg haben? Ich weiß es nicht. Ich setze eher darauf, dass wir gute Leute haben, die einen großen Erfahrungsschatz haben, wie Fernsehen, wie gutes Fernsehen funktioniert und gemacht wird. Dass diese Leute die Möglichkeit bekommen, sich auszuleben in ihrem Programm. Dass die auch mal experimentieren können, klar. Aber wenn wir darauf verzichten würden, unsere eigene Erfahrung, das, was an Expertise im eigenen Haus vorhanden ist, und das ist doch bei allen Sendern so. Wenn wir da sagen, oh nee, wir haben es jetzt 20 Jahre offenbar völlig falsch gemacht, dann verabschieden wir uns und jetzt machen die Zuschauer das Programm. No way. Warum hat bei Pay TV, bei Sky, die Formel-1-Übertragung nie so richtig funktioniert, obwohl wir dann mal gesagt haben, der Zuschauer darf sein eigener Programmdirektor werden. Der fährt dann bei Pay TV die ganze Zeit im Cockpit von Herrn Vettel mit oder von Herrn Schumacher oder sowas. Haben die Leute nicht gewollt. Eine ganz kleine Menge nur und der Rest hat weiter im Open und Free TV das Programm geguckt, was andere ganz anders und besser aufbereiten können. Das ist ja gut, dass wir das als Fernsehmacher alles theoretisch wissen, aber wie schwer ist es eben auch dem Zuschauer das zu vermitteln? Der Zuschauer denkt sich eben gut, ich schalte mal ein, ich lasse mich berieseln, im Prinzip einschalten, um dann abzuschalten, zumindest innerlich. Geht es immer mehr in die Richtung, dass eben der Zuschauer sagt, na irgendwie machen die nicht so recht das, was ich will. Das hat es natürlich schon immer gegeben. Aber wie kann man dagegen steuern? Auch gerade eben in diesen Zeiten, wo ich mich ganz schnell wieder ablenken kann. Ich habe sie zumindest angeschaut, wie sie mögen. Interessante Frage. Also vielleicht zunächst mal einfach auch akzeptieren, dass es bestimmte Gruppen gibt und bestimmte Situationen, wo Menschen sich auch wirklich vielleicht auch einfach nur berieseln lassen wollen oder vielleicht auch einfach nur schimpfen wollen über das, was da kommt. Ohne, dass man das jetzt wirklich persönlich nimmt oder sich gekränkt fühlt, dass jetzt das, was man sich so gedacht hat oder mit viel Aufwand und Liebe produziert hat, jetzt dann doch nicht so ankommt. Ich glaube die Situation, dass es zwei, drei Sender gab und damit letztlich vorgegeben wurde, was die gesamte Bevölkerung sieht, diese ist ja seit den 80er Jahren ist das ja vorbei. Und im Prinzip hat da ja schon das eingesetzt, dass man jetzt als Fernsehmacher im Grunde damit leben musste, dass die Konkurrenz so groß ist, dass es immer Leute gibt, die das Gefühl haben, sie finden irgendwo noch was Besseres, ich meine, dieses Menü oder Portfolio ist noch viel größer geworden im Zusammenhang damit, gibt es auch noch viel mehr Möglichkeiten, seine Zeit zu vertreiben und auch medial zu kommunizieren, als fern zu gucken, im Sinne von passiv-linear. Und insofern, glaube ich, darf man dem auch nicht hinterherweinen, dass man es nicht mehr schafft, jetzt wirklich die großen Massen verlässlich und programmierbar irgendwie zu binden. Vielleicht ist da tatsächlich, also ich habe gut reden, ich kriege mein Geld nicht aus dem Fernsehen, aber vielleicht ist da tatsächlich auch so ein gewissen Gelassenheit dann notwendig, mit dieser Experimentierfreude und vielleicht hat man dann manchmal Erfolgserlebnisse da, wo man sie vielleicht gar nicht erwartet hätte, weil dann irgendwas trotzdem zündet, wo vorher vielleicht auch Marktstudien gesagt hätten, das funktioniert nie. Aber wenn man es ausprobiert, merkt man auf einmal, hoppla, da Warnbedarf da oder das ist irgendwie, über virale Effekte geht das auf einmal ab in der Gruppe, die man überhaupt nicht nicht am Anfang adressiert hatte. Aber es wird eben doch relativ wenig ausprobiert. Es wird immer wieder kritisiert, wenn man mal so die Kassetten durchliest, heißt es immer wieder, gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen könnte doch auch die Möglichkeit haben, mal nicht auf Quote zu achten, sondern einfach mal was auszuprobieren. Herr Dr. Kniffke, warum passiert da nicht mehr? Das ist jetzt nicht dieses offizielle Statement für Externe oder so, sondern wir sind experimentierfreudiger als unser Ruf. Ich habe mit großem Genuss neulich die drei Sherlock-Holmes-Geschichten gesehen und dachte mir, guck mal da, Krimi geht irgendwie auch anders. Dann in einem anderen Zusammenhang dieser Sechsteiler, den wir dann am späten Freitagabend dann im Ersten versendet haben, auch diese Kriminalgeschichte von Dominik Graf. Im Angesicht des Verbrechens. Genau. Über dessen Platzierung wir hier nicht reden müssen, aber wo ich sagte, guck mal, da passiert was. Also es gibt auch zu fortgeschrittener Stunde Formate, auch Dokumentationen, wo ich einfach mal hängen bleibe, die ich nicht gezielt suche, wo ich denke, ey, Verflucht, das ist schon ziemlich schick, was die da machen, wo sich nochmal was Neues einfallen lassen. Also insofern würde ich das jetzt gar nicht so in die Tonne treten. Es wird auf lange Zeit, glaube ich, schon noch Menschen geben, die so wie ich abends, sagen wir mal nach, den Tagesteam einfach mal noch da rumzappen und sich nicht gezielt eine DVD einlegen oder einen Film runterladen, sondern einfach mal gucken, irgendwas halt gucken, man bleibt bei Dingen hängen, die man vorsätzlich so nicht angesteuert hat, aber man guckt es halt einfach. Also insofern glaube ich, hat das Fernsehen da durchaus auch seine, noch seine Zukunft. Also wenn man das jetzt wirklich mal nur im Interesse dieses Mediums sieht. Ja, man kann immer sagen, es geht noch ein bisschen mehr Experimentierfreude. Das ist immer ein schmaler Grad. Wie viel leiste ich mir oder wie viel traue ich mich auch etablierte Zuschauer, sprich ältere Zuschauer zu verschrecken, um neuere nicht dazu zu gewinnen? Dazu passt, wir sterben mit unseren Zuschauern aus, demografischer Wandel. Dazu passt das, was da gerade steht, wir sterben mit unseren Zuschauern aus, also demografischer Wandel. Nochmal das Beispiel von vorne weg, 13-Jähriger David, der eben sagt, Fernsehen ist nicht so meins. Wird es nicht wirklich dadurch problematischer? Also wie schaffen wir es auch, jüngere Menschen eben immer mehr ans Fernsehen zu gewöhnen? Letztendlich ist es ja schon fast ein Gewöhn. Sie sind damit nicht wirklich groß geworden zum Teil. Wir können sie nicht fesseln auf dem Sofa. Also das ist eh klar. Aber wir können, wenn wir mal das Nutzungsverhalten anschauen, Herr Kniffke hat es ja gerade auch gesagt, seine Töchter 14 und 16, meine 15, da sehe ich auch, was die guckt beziehungsweise was die nicht guckt. Wie können wir sie an das Fernsehen gewöhnen? Indem wir sie an Inhalte, in Anführungsstrichen, gewöhnen, an Content, der im Fernsehen ganz besonders eigentlich ja die tragende, starke Rolle spielt, weshalb die Menschen überhaupt Fernsehen anschalten. Wenn wir uns das Nutzungsverhalten der Zuschauer im Internet angucken, stellen wir zwei Dinge fest. Das, was bei YouTube, also an Bewegtbild-Video angeklickt wird, ist zu einem nicht unbeträchtlichen, wenn nicht sogar deutlich größeren als 50%-Anteil Professional Content. Also Serien wie Meine Tochter guckt Grey's Anatomy oder ich weiß es nicht was, Serien aus Amerika oder auch teilweise deutsche Serien, die guckt sie sich im Internet an. Wenn ihr schon mal da klar wird, das ist jetzt nicht im Internet entstanden bei YouTube, sondern es ist etwas, was es im Fernsehen gibt, dann werde ich zumindest schon mal die Marke, RTL hat sie sowieso grundsätzlich im Kopf, aber vielleicht auch noch andere, zumindest im Bewusstsein verankern. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie mit steigendem Alter, und da wird sie nicht aussterben, sondern das wird auch eher, glaube ich, von dem klassischen Nutzungsverhalten diktiert, wenn sie nicht mehr nur von der Schule nach Hause kommt und auf dem Bett liegt und irgendwie durchklickt und Facebookt und Skypt und ich weiß nicht was, sondern wenn sie einen Job hat, wenn sie einen relativ geregelten Arbeitstag hat, wird sie auch irgendwann nach Hause kommen und wird ein eher, sagen wir mal, Couch-Potato werden. So sehr ich mir wünschen würde, dass sie auch weiter Sport treibt, aber sie wird doch eher, so wie Herr Kniffke auch gerade oder wie Sie auch gesagt haben, jemand sein, der Zerstreuung sucht im Fernsehen und dann auch eher bei den Marken hängen bleibt, die einem in irgendeiner Weise schon mal bekannt vorkommen. Hat das wirklich nur was damit zu tun, dass sie jetzt jünger ist und die Möglichkeiten hat, man irgendwann erwachsen wird und sagt, gut, jetzt beriesel ich mich anders? Ich glaube eher, dass es vielleicht ja in eine Richtung gehen könnte, dass eben doch Fernsehen immer weniger Bedeutung hat, weil man sich einfach dran gewöhnt hat, dass ich jetzt eben YouTube nebenbei herlaufen habe, dass ich Facebook nebenbei herlaufen habe. Ja, gar keine Frage, gar keine Frage, wir können auch nicht davon ausgehen, dass das, was ich jetzt gesagt habe, zu 100 Prozent so eintreten wird. Natürlich ist auch das Nutzungsverhalten von 15-Jährigen heute nicht zu priorizieren, wie das im Jahre 2020 oder 2030 aussieht, ob es tatsächlich so kommt. Aber ich habe eine relativ stetige Hoffnung, dass es sich tatsächlich verändert mit steigendem Alter. Und wenn wir das Nutzungsverhalten uns dann angucken, junge Leute, die gerne mit einem Tablet-PC oder mit einem Computer sich Fernsehen angucken, also Sendungen angucken oder was auch immer, sich aber auch zum Fernsehen hingezogen fühlen, werden anfangen, beides parallel zu nutzen. Die Fernsehersteller beginnen ja jetzt schon, Fernbedienungen zu konstruieren, die eher so aussehen wie ein iPad oder wie so ein großes Samsung-Tablet, auf dem man zum einen den Fernseher bedienen kann, zum anderen aber auch per Internet die Inhalte wie auch immer vertiefen kann, parallel Dinge machen kann, die einem im Moment im Internet in erster Linie interessant vorkommen. Und ich glaube ganz fest daran, dass wir das in den nächsten zehn Jahren sehr viel intensiver sehen werden und dass wir als Fernsehmacher uns genau auch an diese Parallelnutzung heranarbeiten müssen und denen wirklich parallel etwas zur Verfügung stellen, was sie auf der einen Seite an den Fernseher bindet, aber ihnen gleichzeitig auch die Möglichkeit gibt, mehr zu machen als nur das, was sie im Fernsehen sehen. Also Sie meinen beispielsweise HBB-TV, wo man quasi dieses Hybrid-Fernsehen hat, man hat ja schon die Möglichkeit. Das Fernsehen kann auch auf dem Tablet stattfinden. Also ich kann ja dann beispielsweise über das Tablet die Serie, die ich gerade im Fernsehen sehe, stoppen im Fernsehen und sehe aber, dass ich sie im Internet irgendwie weitergucken kann. Oder ich kann mit einem Freund skypen oder sowas und weil das interessantere Gespräch auf Skype stattfindet, stoppe ich so lange die Fernsehserie und gucke sie dann anschließend weiter. Es gibt so viele technische Möglichkeiten, also das ist noch lange nicht ausgereizt. Also ich glaube, wir müssen uns auch endlich von dieser Trennung irgendwie mal befreien. Und von wegen, werden die dann irgendwann mal zum Fernsehen kommen? Das ist eine Trennung, die nehmen glaube ich junge Menschen, wenn überhaupt, dann nur noch am Rande irgendwie vor. Die gucken Dr. House und die sagen nicht, ich gucke Fernsehen. Ganz viele Menschen, längst ja auch Menschen, ja fast schon meines Alters, die kamen gar keinen Fernseher und wenn im Fernsehen was kommt, was interessiert, dann gucken sie es an ihrem PC. Und die werden jetzt nicht sagen, ich gucke PC oder ich gucke Fernsehen, sondern ich gucke die Tagesschau oder RTL Aktuell oder Dr. House oder irgendwas. Also wir klammern immer noch in dieser Trennung, werden die beim Fernsehen bleiben oder nicht? Es gibt demnächst nur noch Fernsehgeräte, die internetfähig sind, da kann ich auch mal schnell zwischendurch was googeln und sowas. Ist das da noch ein Fernseher oder ist das ein PC? Das spielt keine Rolle mehr. Aber wenn es keine Rolle mehr spielt, man will ja auch die Zuschauer halten. Also das Problem ist ja sozusagen, den Zuschauer zu halten, der kann vielleicht bewusst sagen, ich möchte jetzt die Tagesschau gucken, gucke mir das online an, schalte danach aber ab, um wieder in Facebook aktiv zu sein. Wie kann man denn dagegen wirken? Gar nicht. Also wenn es der Zuschauer möchte. Gut, man kann also natürlich versuchen, ein möglichst fesselndes... Das ist schon mal klar, aber wir wollen es ja versuchen. Ja, ein möglichst fesselndes oder professionell hochwertiges oder informatives Programm zu machen, plus eventuell eben auch an den Stellen, wo der Nutzer dann möglicherweise weitere Informationen sucht oder weiter kommunizieren möchte, auch präsent zu sein. Also eben die Anschlusskommunikation auf Facebook vielleicht auch noch anzustoßen. Vielleicht auch letztlich zu versuchen, die, wie soll man sagen, also die Möglichkeiten, die der Zuschauer hat, mit den eigenen Inhalten was anzufangen, auch noch zur Verfügung zu stellen. Nicht nur guck es dir an, sondern teile es mit deinen Freunden, kommentiere es. Also diese Dinge, in dem Sinne dann tatsächlich auch wegzukommen von der Vorstellung, Fernsehen ist was, was vor einem Röhrengerät im Wohnzimmer unter Blümchendecke stattfindet, auf dem Sofa, sondern da hinzukommen, Fernsehen ist da, wo professionell hergestellte Inhalte auf irgendeinem Bildschirm an Leute transportiert werden. Und dann ist es, wie Sie sagten, ganz egal, ob das auf dem Tablet oder auf dem Handy oder eben über YouTube ist. Es ist natürlich nicht egal, weil es unterschiedlich produziert werden muss, aber es ist trotzdem alles, ich würde dazu stimmen, es kann trotzdem alles Fernsehen sein, im Sinne eines Nutzungsmodus, den die Zuschauer dann haben, wo Sie eben sagen, okay, ich will da jetzt mal was aufnehmen, ohne mich jetzt komplett in die Rolle des unglaublich passiven Couch-Potato zu begeben, sondern möglicherweise, wenn mich das anspricht, das ist doch sogar ein gutes Zeichen, das spricht mich an, ich will noch mal was nachschlagen, ich will noch mal gucken, was da gerade gesagt wurde, ich will das kommentieren, das muss man dann aber auch als Zuschauer oder als Nutzer können. Es geht ja auch immer mehr in die Richtung, dass auch jetzt beispielsweise RTL versucht, sozusagen einen eigenen Stream zu haben, ist gerade noch schwierig durchzusetzen, dass man eben gewisse Sachen auch wirklich online noch mal anders anbietet. Sehen Sie da Möglichkeiten, auch mal zu sagen, irgendwann könnten wir sogar mit dem Öffentlich-Rechtlichen uns mal zusammentun und machen einen gemeinsamen Stream? Sie haben ja schon gesehen, dass es schwierig war, so etwas wie ein deutsches Hulu vor dem Kartellamt hier durchzusetzen, also offensichtlich geht das ja nicht. Ich glaube nicht, dass wir es dann mit dem Öffentlich-Rechtlichen schaffen würden, da wäre ja die Frage des Wettbewerbes noch viel eher gestellt. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass wir da auf, sagen wir mal, gleichem Kurs grundsätzlich unterwegs sind, aber mit unterschiedlichen Schiffen fahren werden. Die einen werden halt mehr Beibote haben, die ein bisschen größer sind, die anderen werden ein paar weniger haben. Aber dass wir da jetzt ein Aufbrechen des, sagen wir mal, bestehenden dualen Systems beobachten werden, nur um noch mehr Zuschauer zu erreichen, da glaube ich nicht dran. Also ich weiß nicht, ob Sie glauben, dass wir da zusammenarbeiten müssten. Wahrscheinlich auch eher nicht. Also ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir da auch so ein bisschen Wettbewerb im System behalten. Damit kann ich ganz gut leben. Und Sie haben völlig recht, die Frage ist ja gar nicht so, wie erreichen wir die Menschen, sondern ich frage mich immer viel mehr, womit erreichen wir sie? Das ist doch das Entscheidende. Die gucken doch jetzt nicht deswegen per Tablet-PC, weil der Tablet-PC so geil aussieht. Oder ich wollte endlich mal ein iPad haben, jetzt habe ich einen und jetzt gucke ich darauf Fernsehen, was ich nie vorher gemacht habe. Die gucken, weil sie das, was sie sehen wollen, interessiert hoffentlich. Und das ist die Frage, die wir uns viel mehr stellen müssen. Was interessiert die Menschen in fünf Jahren? Was interessiert sie in zehn Jahren? Und das können wir nur tun, indem wir jetzt so gut wie möglich produzieren, um aus unseren Fehlern und auch aus unseren Erfolgen zu lernen. Und da muss ich noch mal eins auch wirklich loswerden, weil es uns tatsächlich auch unterscheidet, auch von der Ausgangslage. weil sie sagen oder sie fragen, ja, wie binden sie die Zuschauer vor dem Fernseher? Das ist gar nicht unsere Aufgabe als Öffentlich-Rechtliche. Herr Klöppel muss darauf achten, weil davon hängt die Ertragssituation des Senders und letzten Endes die Jobs der Leute, die da arbeiten ab. Ob die Zuschauer noch bis zum nächsten Werbeblock da sind. Wir haben nicht den Auftrag der Quotenmaximierung. Wenn es darum ginge, Zuschauer vor dem Fernseher festzunageln, würde unser Programm nochmal ganz anders aussehen. Aber das ist nicht das Ding. Glauben Sie nicht, dass mir Quoten egal sind. Auch ich wärme morgens mein Herz an den Zahlen, auch wenn die so verheerend waren wie gestern. Wir hatten gestern nur 7,2 Millionen Zuschauer. Das ist nicht besonders schön, aber das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir können es uns dann auch mal leisten. Dafür sind wir eben in diesem öffentlich-rechtlichen System, dass wir sagen können, es war gestern Nachrichten, schwacher Tag. Die Leute wollten gestern offensichtlich keine Nachrichten oder sie wollten eher bei RTL die Nachrichten holen. Das wäre auch eine Alternative, die ich nicht ausschließen möchte. Es ist nicht unsere Aufgabe, auf Gedeih und Verderben Menschen vom Fernseher festzunageln. Die können hinterher auch ins Netz gehen auf unseren Angeboten und dürfen auch gerne ARD-Radio-Wellen hören. Aber trotzdem, auch wenn es nicht die Aufgabe da ist, ist es ja der Wunsch. Wie Sie auch sagen, man freut sich natürlich und trotzdem gibt es eben doch immer wieder das Problem, dass eben nicht genug probiert wird, weil man Angst hat, dass die Quote nicht stimmt. Aber dann würden wir noch zwei Talkshows mehr haben, weil die offensichtlich von den Zuschauern so nachgefragt werden. Und das will ich nun wirklich nicht. Aber wo ist da Herr Kniffke? Das ist auch kein Tag mehr übrig. Dann für Sie die Schmerzgrenze, wo Sie sagen, Ihnen ist eigentlich die Quote grundsätzlich vom Auftrag her jetzt nicht egal, aber zumindest nicht das dominante Element in Ihren Überlegungen. Sagen Sie, wenn es 5 Millionen sind nur noch bei der Tagesschau oder wenn es nur noch 3 Millionen sind, es wird schwierig, weil die Frage ist ja schon der Legitimation, der Erhebung von Gebühren in ein System, das einen bestimmten Auftrag hat. Und der Auftrag lautet ja nicht, wir machen Fernsehen für uns, sondern wir machen Fernsehen für die Zuschauer. Das ist der furchtbare Job, den der Programmdirektor Deutsches Fernsehen, den Volker Herres hat. Der muss nämlich genau diesen Grad halten. Der weiß genau, wenn ich unter eine bestimmte Marge oder eben unbestimmte Marge sacke, dann wird gesamtgesellschaftlich die Akzeptanz dieses System nachlassen. Auf der anderen Seite hat er aber einen Programmauftrag, nämlich zu unterhalten, zu bilden und zu informieren und da muss er irgendwie die Mixtur finden. Das ist nicht quantifizierbar. Ab 10 Prozent abwärts wird es dünn, aber uns ist allen klar, wenn wir irgendwann nicht mehr Massen erreichen, wird dann auch die Legitimation für dieses gesamte öffentlich-rechtliche System irgendwann erodieren. Und ich weiß nicht, wo der Punkt ist, aber mir ist, glaube ich, wichtig, dass wir nicht die eine Seite, nämlich die, möglichst immer viele Menschen vorm Fernseher sitzen zu haben, dass wir die überbetonen und die andere Seite, nämlich den Auftrag aus dem Blick verlieren. Ich würde gerne nochmal, um eben auch auf diesen Auftrag zu sprechen zu kommen, auf das App kommen, das ja nun heißt, umstritten ist, das Tagesschau-App. Vielleicht können Sie erstmal, Herr Dr. Kniffke, sagen, warum wir das Tagesschau-App brauchen. Da gibt es sicherlich eine offizielle Statement. Ich habe es natürlich auch auf meinem iPhone und gucke immer drauf. Gehört das eben dazu, dass man sagt, mir ist es eigentlich egal, sagten Sie, ob die jetzt vom Fernseher sitzen, die Tagesschau gucken oder ob sie sich das App angucken und die Filme danach gucken. Unser Auftrag ist zu informieren, jetzt im engeren Sinne der Tagesschau. Und den versuche ich wahrzunehmen. Und wenn ich entsprechende Sendungen und Filme und Videos und Meldungen, wenn ich die bei uns produziert habe aus Gebührengeld, dann empfinde ich das als meine Pflicht, die auch den Menschen, die unterwegs sind, in der gleichen Qualität anzubieten. Dass ich darüber hinaus offensichtlich auch Menschen erreiche, die eher einer etwas jüngeren Zielgruppe angehören, freut mich das umso mehr, weil da kommt jetzt der Staatsbürgerknifke durch. ich der festen Überzeugung bin, dass eine gut informierte Gesellschaft und zwar über alle Altersgruppen hinweg, dass das eine leistungsfähigere Gesellschaft ist und eine, die in schwierigen Zeiten, die uns möglicherweise sehr bald bevorstehen, auch mit Konflikten und mit Problemen eher zurechtkommt. Deshalb habe ich ein richtig tief empfundenes Interesse daran, Menschen zu informieren. dass wir das tun können über eine Applikation, wir sagen im Übrigen die App, nur weil sie das aber das bleibt jedem ja unbenommen, dass wir dies über die App tun können, ohne dass wir auch nur einen Menschen dafür aufwenden müssten. Dass wir einfach nur das ausspielen, was bei tagesschau.de den Nutzern sowieso zur Verfügung steht, ist, wie ich finde, eine extrem betriebswirtschaftlich sinnvolle Angelegenheit und es wäre Versündigung an Gebührengeld, wenn wir es nicht täten. Ich habe ein Interview gelesen, Herr Klöppel, wo Sie gesagt haben, naja, sollte man das mit Gebührengeld dann wirklich finanzieren? Habe ich die konkrete App genannt oder habe ich nur die Frage gestellt, muss man das, was im Internet alles von der ARD produziert wird mit Gebühren? Es ging um die App. Ich bin weiterhin skeptisch, ob tatsächlich der Auftrag, aber darüber werden wir wahrscheinlich heute eh keinen Konsens finden, ob tatsächlich der Auftrag ist, mit dem Geld, was grundsätzlich dem öffentlich-rechtlichen System zur Verfügung steht, massiv in etwas investiert wird, was eigentlich nicht, sagen wir mal, Teil der Grundidee des Fernsehsystems in Deutschland ist. Dass das Fernsehsystem sich hier ändert, beobachten wir alle. Ich kann Herrn Kniffke auch verstehen, wenn er sagt, ich produziere das sowieso, ich will die Menschen erreichen, also stelle ich diese App auch allen zur Verfügung, auch kostenlos zur Verfügung, aber ich bitte auch um Verständnis, wenn natürlich Wettbewerber, die auf andere Art und Weise ihr Geld verdienen müssen, sich die Frage stellen, ist das nicht auch Teil eines, einer möglicherweise Verzerrung eines Wettbewerbes, der da jetzt in einer Form weitergeführt wird, den wir gar nicht gewinnen können. Die Frage stellen sich die Printmedien ja viel mehr und da bin ich fast noch mehr bei den Printmedien, wenn die sagen, das, was alles noch zusätzlich an Content aus den Redaktionen ins Internet reinläuft, ist nicht sui generis Fernseh, sagen wir mal, Content, sondern da setzt sich jemand hin und schreibt das alles nochmal zusammen, macht vom Prinzip her ein Parallelangebot zu dem, was die Zeitungen ja eigentlich tun sollten in Deutschland. Da bin ich eher Hardliner und sage, da habe ich größere Probleme und größere Bauchschmerzen mit der Tagesschau-App. Naja, gut. Ich nehme sie mal so hin, wie sie ist. Wir machen hier was Ähnliches. Wir werden, um es ganz ehrlich zu sagen, auch nicht an der Tagesschau-App scheitern oder siegen, sondern wir werden an ganz anderen Klippen, sagen wir mal, vorbeischiffen müssen und wenn wir die nicht wirklich erkennen, dann haben wir viel größere Probleme. Ich würde jetzt gerne einmal in die letzte Fragerunde gehen, nämlich das Fernsehen in zehn Jahren. Solange können Sie sich aber vielleicht schon mal ein paar Fragen überlegen, die Ihnen vielleicht unter den Nägeln brennen, indem Sie sagen, gut, an dem oder dem Punkt würde ich gerne nochmal Näheres wissen. Also gleich würden wir das quasi einmal öffnen für Fragen. Aber hier einmal eben nochmal so die Schlussfrage in die Runde. Das Fernsehen in zehn Jahren, wie sieht das aus, Herr Schmidt? Dann kriege ich die schweren Fragen. Hier muss auch noch eine Antwort, aber die haben länger Zeit. Das ist gemein. Das Fernsehen in zehn Jahren. Also ich glaube, es wird, was man heute Konvergenz nennt, wird in zehn Jahren ganz selbstverständlich sein. Es wird, also das Fernsehen wird mit dem Internet, mit digitalen Medien, mit diesen kleinen, mit tragbaren Geräten zusammengewachsen sein. Zehn Jahre ist so ein Horizont, wo ich auch gar nicht ausschließen will, dass es bis dahin noch andere disruptive Technologien gibt. Holografische Sachen, Bioimplantate, Antennen im Ohr, ich weiß, keine Ahnung. Also irgendwie sowas, ja, keine Ahnung, was weiß ich, Kontaktlinsen, die, wo man ein Bild auf Kontaktlinsen haben kann, Augmented Reality Fernsehen, all diese Dinge, also das, die dann vielleicht in zehn Jahren noch nicht Mainstream sind, aber wo dann in zehn Jahren eine Runde hier sitzt und sagt, ist das noch Fernsehen? Vielleicht auch dieselbe. Wer weiß, ja genau. Nee, ansonsten, ich glaube, in zehn Jahren wird noch, ich weiß nicht, ob man noch darüber diskutiert, aber es wird noch deutlicher sein, dass es eben, dass Fernsehen letztlich ein Bündelbegriff für eine ganze Reihe von Konstellationen ist, mit ganz unterschiedlichen technischen Geräten, mit unterschiedlichen Inhalten, über die unterschiedlich gebündelt den Zuschauer erreichen und wo Zuschauer ein ganz unterschiedliches Aktivitätsniveau auch haben, all das wird man unter Fernsehen zusammenfassen. Es wird auch in zehn Jahren noch Leute geben, die sich für bestimmte Situationen, die wollen sich berieseln lassen, wollen abschalten, wollen sich unterhalten lassen, wollen ein Event haben, wollen vielleicht sich informieren und darüber dann diskutieren und debattieren. Also in der Hinsicht wird sich, glaube ich, das Fernsehen nicht ändern, es wird aber halt unter nochmal ganz anderen technischen und technologischen Bedingungen stattfinden. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das in zehn Jahren sein wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in zehn Jahren noch Geräte gibt, auf denen man Videos darstellen kann und die irgendwie mit einem über eine Steckdose mit Strom versorgt werden, aber weiter würde ja auch nicht gehen. Was diese Geräte dann noch alles können und wie die Menschen sie nutzen werden, keine Ahnung. Ich glaube, die Menschen werden nicht mehr am nächsten Tag sich erzählen, hast du gestern im Fernsehen gesehen, sondern hast du gestern RTL gehört oder ARD oder Tagesschau oder sowas. Es wird noch massenhaft Menschen geben, die wirklich diese Leanback- Funktionen wahrnehmen, die sich berieseln lassen, wird es auch noch geben, die Tagesschau wird auch noch hohe Zuschauerzahlen haben, haben, aber es kann gut sein, dass die doch ein gut Stück niedriger sind als heute. Alles andere wäre jetzt irgendwie, ich könnte Ihnen noch sagen, was ich mir wünschen würde, dass wir noch mehr Zuschauer haben. Ich fürchte, die Menschen werden sich nicht daran halten. Herr Klöppel. Stellen wir die Frage mal andersrum. Hätten wir uns vor zehn Jahren vorstellen können, dass wir da stehen, wo wir heute stehen? Gucken Sie mal zehn Jahre zurück, was war vor zehn Jahren, wie war Fernsehen damals, sah das dramatisch anders aus als heute, waren die Inhalte dramatisch anders? Ja, um das mal außen vor zu lassen, aber vor zehn Jahren haben wir vor dem Fernseher gesessen und haben mit großem Interesse geguckt, was in der Welt passiert, ob das jetzt 9-11 ist, ob das Fußball ist, ob das Sport, Unterhaltung oder was auch immer ist. Wir haben Fernsehen eingeschaltet, weil es interessant war, weil es bunt war, weil es laut war, weil es leise war, weil manchmal war es spannend und manchmal war es langweilig, aber es war halt Fernsehen, etwas, womit wir unsere Zeit verbringen, weil wir uns in irgendeiner Weise zerstreuen wollen, das hat sich bis heute nicht geändert. Wir machen noch ein paar Sachen nebenher. Ja, wir gucken sogar noch mehr Fernsehen als vor zehn Jahren, erstaunlicherweise, weil man auch vor zehn Jahren ja schon gesagt hat, Fernsehen stirbt und in zehn Jahren, also im Jahr 2011, ob es euch da noch gibt, keine Ahnung, wir sitzen hier, machen uns Gedanken über die nächsten zehn Jahre und sollten tatsächlich die Stärken und damit wiederhole ich mich und ich wiederhole mich gerne, die Stärken, die wir entwickelt haben in den letzten fünfzig Jahren, die Sie hier entwickelt haben, die Sie mit Ihrem beruflichen Ethos entwickelt haben, wo Sie auch selber sagen, jo, das macht mir Spaß und das kommt bei den Zuschauern an, daran müssen wir arbeiten. Aber jetzt noch mal eine Frage, das Fernsehen in zehn Jahren. Ja, und wenn dann das Fernsehen von Leuten gemacht wird, die mit Herzblut, mit Interesse, mit Spaß an der Sache Fernsehen produzieren, dann wird das Fernsehen genauso weiter aus einem rechteckigen Kasten kommen, dann werden Menschen davor sitzen und mit Interesse, manchmal gelangweilt, manchmal gespannt, vielleicht noch andere Dinge nebenher tun, aber sie werden weiter Fernsehen gucken, weil es einfach ein klassisches Instrument, genauso wie das Buch, genauso wie der Film, genauso wie auch die Zeitung, zur Information oder auch zum Abschalten ist oder zum sich unterhalten oder was auch immer. Die Zeitung ist nicht ausgestorben, obwohl sie kämpft. Der deutsche Film, der Film ist nicht ausgestorben, obwohl man vor 20 Jahren gesagt hat, der Film, Hollywood, liegt da nieder, die haben sich auch neu erfunden. Wenn wir uns nicht neu erfinden, dann haben wir auch keinen Grund weiter, unseren Job zu machen. Und das Buch lebt so viel besser jetzt, als wir uns das vor 10 oder 15 Jahren überhaupt hätten vorstellen können, in einer anderen Form teilweise. E-Book-Verkäufe sind gestiegen, aber das Buch, der Content, das, was die Menschen interessiert und was sie bannt, das gibt es weiter. Danke, Harry Potter. Wer? Harry Potter. War ein großer Auslöser dafür, dass wieder mehr gelesen wurde. Unter anderem. Selbst ich habe es gelesen, mit großem Interesse. Allerdings noch als Buch, aber jetzt habe ich auch so einen E-Book-Reader und lese neuerdings Bücher, die ich mir niemals im Leben hätte vorstellen können, dass ich sie lesen werde. Fontane, kann ich mir kostenlos aus dem Netz runterladen. Ja, bitteschön. Oder die italienische Reise von... Lese sie jetzt erst. Ja, ich weiß es, ich bin zu alt dafür eigentlich. Oder die italienische Reise von Goethe. Habe ich mir neulich auf meinen Kindle runtergeladen, weil ich mir gesagt habe, das habe ich mein ganzes Leben nicht geschafft zu lesen. Und da mit einem Klick auf einmal hatte ich es. Ist deswegen das Buch... Ich bin zur Hälfte durch, ja. Also ich bin schon südlich von Rom. Noch nicht in Sizilien, aber er hat zumindest schon mal Herrn Tischbein kennengelernt, von dem ja das berühmte Bild stand. Also da sollten wir nicht aufgeben. Und der Content macht es. Bitte. Haben Sie den Fontane schon gelesen? Ich habe neulich Effibris gelesen. Das war großartig. Ja, meine Tochter hat mir das empfohlen, weil sie gesagt hat, wir müssen das jetzt in der Schule lesen. Liest du das jetzt auch mal? Genau, ich kenne das aus Schulzeit. Ich habe ihn runtergeladen. Er ist noch nicht ganz so weit, aber es gibt noch andere Dinge. Auch Kant habe ich mir runtergeladen. Und das ist ja das Schlimme im Endeffekt. Jetzt geben Sie aber an. Jetzt gebe ich an. Genau. Und habe nach etwa zehn Seiten aufgegeben. Kann zwar jetzt sagen, ich habe es auch auf meinem Kindle drauf, fand es aber dann doch so schwierig und so schrecklich, dass ich gesagt habe, wenn das dann der Content ist, mit dem ich mich beschäftige, dann ist es das vielleicht auch nicht. Ich wollte nur noch eines sagen, weil es ganz wichtig ist. Wir haben das als Fernsehleute nicht allein in der Hand. Davon, ob wir das gut oder schlecht machen, hängt nur ein Teil ab. Was sich extrem weiter verändern wird und verändert hat, sind die Lebensgewohnheiten der Menschen. Das war noch vor 20 Jahren ganz anders. Da gab es viel weniger Schichtarbeit. Es gab kürzere Maschinenlaufzeiten. Die Menschen waren abends eher zu Hause. Wer von Ihnen ist heute Abend um 20 Uhr zu Hause. Also das wird sich in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, weiter dramatisch verändern, sodass wir die Fernsehnutzung eben nicht allein dadurch bestimmen können, ob wir ganz schickes, tolles, hochwertiges Fernsehen machen, was wir mit Sicherheit werden, sondern die Lebensumstände der Menschen werden sich noch mal gravierend verändern. Herzlichen Dank.